Ein neuer Instagram-Trend geht um. Stars wie die Jonas Brothers oder Bill Kaulitz posten sich als Opas. Und auch hier ist die App, mit der man sehen kann, wie man älter aussieht, aktuell die beliebteste App Deutschlands. Darum lassen nun auch wir ein paar YouTuber altern. Krasse Verwandlungen – so sollen Bibi und Julian in 50 Jahren aussehen. Auch Julien Bam verändert sich mit der App stark, aber sein sympathischer Gesichtsausdruck bleibt. Maren und Tobias Wolf werden laut App zu einem stylischen älteren Ehepaar. Luca bekommt graue Haare und einige Falten. Bei den Harrisons altert vor allem Dominik. Da staunt sogar Töchterchen Mia Rose nicht schlecht. Und auch Dagi Bee und Eugen sehen im Alter zwar total anders, aber immer noch happy aus. Du willst wissen, mit welcher App du auch dich und deine Freunde verändern kannst und mit welchem Trick sie nichts kostet? Wir verraten es dir im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de hier für neues Zuschauen. 3 B